Susie hat heute Geburtstag. Alles Gute. Danke. Was? Farben? Oh Mann, ihr hat das Geschenk nicht gefallen. Susie, das ist für dich. Vielen Dank. Buntstifte? Somit habe ich mir das bloß verdient. Wieso gefällt es ihr nicht? Ich habe keine Ahnung. Bist du traurig? Ja. Was für ein öder Geburtstag. Wir müssen sie irgendwie aufmuntern. Hallöchen, warum ist Susie so traurig? Wegen den Geschenken. Meins ist auch nicht viel besser. Hallo Andy. Und was schenkst du mir? Das wird dir wohl kaum gefallen. Wieso ist das alles Kunstzeug? Susie, jetzt weinen doch nicht. Alles wird gut. Ich habe eine Idee. Folgt mir, schneller. Was? Wohin? Na, kommt schon. Mädels, was hat Andy vor? Ich weiß nicht. Wow. Ist ja cool. Sieht ganz schön interessant aus. Wow. Oh ja. Lasst uns anfangen. Oh, der ist kaputt gegangen. Mhm. Dann hole ich mir das Lipgloss. Jep, um einiges besser. Na, Mann. Und jetzt so? Stopp. Lasst uns mal nachsehen. Hm. 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 Gar nicht schlecht, Susie. Mhm. Wow. Super, Kate. Du hast gewonnen. Hey, Susie. Mach dir nichts draus. Lass uns tauschen. Wow. Vielen Dank. Warte, warte. Stopp. Du hast nicht die Schminke gewonnen, sondern ein Make-up, das ich dir machen werde. Okay. Genau so. Noch ein bisschen. Noch etwas Rouge. Und noch ein bisschen. Super. Und ja, das ist vielleicht ein Preis. Schau mal. Warum lacht ihr? Oh mein Gott, was ist das? Mensch, Andy. Hm. Hm. Meine Damen. Wow. Hm. Los geht's. Okay. Ganz vorsichtig. Na komm schon, wo bleibt meine Inspiration? Oh, jetzt habe ich die Farbe in den Haaren. Was soll ich jetzt tun? Ich weiß. Ich färbe mir die Enden, dann werden alle denken, dass das so gedacht war. Oh, ich bin durcheinander gekommen, aber okay. Aber das ist gut. Sieht schon ziemlich realistisch aus. Die zweite Strähne mache ich rosa. Voll toll. Alles soll schön sein und realistisch aussehen. Stopp. Ich bin nicht fertig geworden, aber okay. Hm, das sieht schon gut aus. Ich habe hier was rosa. Ah, das ist ja schön. Wollen wir tauschen, wie letztes Mal? Na gut. Danke, Kate. Monika, was ist das denn? Ja, Suzy hat eindeutig gewonnen. Gut gemacht. Und hier kommt auch schon der Preis. Bitte sehr. Noch eine Kleinigkeit? Hervorragend. Nun ja. Was für eine Überraschung. Was hast du wieder mit mir angerichtet? Das ist doch toll. Oh ja, einfach fabelhaft. Das steht dir. Das sage ich doch. Hier bin ich. Was für schöner Schmuck. Und los geht's. Ich werde es einfach umrahmen. So bin ich auf sicherem Weg. Okay, und was haben wir hier? Sieht nicht schlecht aus. Die Zeit ist um. Zeigt mal her. Ich habe mich als Siegerin auch drauf gemalt. Zwei Striche? Na gut. Ich muss es mir überlegen. Und wir haben einen Sieger. Kate, du hast gewonnen. Oh Mann. Das ist aber mein Geburtstag. Wobei, Kate, lass uns wieder tauschen. Nö. Oh Mann. Das ist ja schön. Das wird dir aber nicht stehen. Einfach fabelhaft. Mir würde der Schmuck besser stehen. Ich freue mich. Oh nein, was soll das? Wieso juckt jetzt alles? Das hast du dir verdient. Was ist hier los? Das ist ja ein Albtraum. Hättest eben besser nicht gewinnen sollen. Oh Mann, ich bin so hungrig. Ich auch. Ich auch. Wartet mal. Ein Stillleben. Das werde ich dann essen. Wie sich plötzlich alle Mühe geben. So, nein. Noch etwas genauer. Hey. Hey. Dann lass mal schauen. Hm. Ihr habt ja alle tolle Bilder. Was soll ich jetzt machen? Hm. Hm. Ich glaube, ich hab's. Diesmal habt ihr alle gewonnen. Jeder kriegt einen Teller. Mhm. Hurra. Darf ich vielleicht? Nein. Ups. Na gut. Wenn ihr so hungrig seid. Hat dir die Challenge gefallen? Wenn ja, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Schau dir auch unsere anderen Videos an und schreib uns in den Kommentaren. Tschüssi tschüss. Tschüssi tschüss.